Juu, da wären wir mal wieder. Guten Abend! Dennis Blick ist wieder da. Vielen, vielen Dank für inzwischen schon drei Monate. Guten Abend, 350TD. Nu, der Dennis ist hier. Thundred, Miss Sunset, Hallöchen. Wer haben wir noch in der Liste? Äh, der Chris ist da. Hallo, hallo. Und der Henrik. Moin, moin. Auf Lezert. Auch dir einen guten Abend. Mensch, sind da doch mehr noch reingekommen, als ich erwartet hätte. So, dann setzen wir doch mal fort. Wenn ich wüsste, was Alex für eine Software benutzt, könnt ihr vielleicht einen Torwichter-Charme machen. Nix super Kompliziertes, kann ich dir nachher sagen. Ähm, gut. Dann zurück in den Story-Modus. Vom letzten Punkt fortfahren. Trash Knight, hallo? Ah, meinst du denn mit der Ruhe hier, ja? Es ist sieben Uhr. Wir müssen bald wieder zum Unterricht. Ich glaube, wir haben unsere Katze noch nicht wiedergefunden. In dieser Zeitlinie hier. Also gehen wir mal wieder unsere Katze suchen. Kurt, wo bist du? Nicht hier. Ähm, wie sieht's? Da haben wir, glaube ich, überall geguckt. Ich meine, wir haben auch schon mit allen Leuten gequatscht. Gehen wir nochmal zum Schlafsaal. Der Schlafsaal ist eigentlich immer mein Go-To-Punkt, um zu gucken, ob die Katze da ist. Wobei ich halt immer noch nicht genau weiß, ob die Katze nur zu Zeit-Tages-Abschnitten den Standort wechselt. Oder wann das genau passiert. Hm, nicht bei Banner. Lame. Ich schätze, wir probieren's einfach aus. Entweder wird gleich der Unterricht beginnen, oder wir treffen eine Katze. Nicht hier. Ich meine, ich kenne zwei Standorte der Katze, wo sie sein könnte. Theoretisch kann sie ja direkt da vorne an der Treppe sein. Theoretisch kann sie auch hier vorne in dem Schlafsaal sein. Die war allerdings auch schon mal direkt in unserem Zimmer direkt am Start, ne? Hm. Hey, Kevin. Guten Abend. Yu-Gi-Oh! Dating Simulator 2020. Äh, quasi. Vielleicht findest du das in der Klippe oder im Wald. Tja. Vielleicht. Aber wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal. Äh, das ist Sunny. Den kennen wir noch gar nicht, den können wir mal duellieren. Und das ist Enzo. Enzo hat gelbe Klammer unten an. Reden wir doch einfach mal hier mit... Kann man hier rein? Na, doch. Was denn jetzt? Da kann man rein. Ha. Es sah so aus, als ob man da reingehen könnte und man kann da reingehen. So kommen wir auf die andere Seite. Spannend. Aber hier ist nichts. Wie? Nützlich? Okay. Na gut. Dann duellieren wir uns mit Sunny. Hallo Sunny. Ein Duell? Aber klar bin ich dabei. Glaub ja nicht, dass Landjungs nicht kämpfen können. Wat? Landjungs? Was ist das denn für einer? Inzo summons Jinso. Vielleicht. Das ist auf jeden Fall unser letztes Duell vor dem heutigen Unterricht mit Crowder. Oh Gott. Fellenspringer? Ja. Ja. Schon mal ein ekelhafter Name. Gefällt mir nicht. Und da hätten wir ein Schiff. Und ich glaube, wir beschweigen das mit dem Battlefootballer. Landboys, ja genau. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was ich sonst damit sagen wollte. Ja. Ja. Hätte man erwarten können, ne? Bei einem Deck, das Fallenspringer heißt. Er spielt zwei Fahnen. Okay. Sieben Werkzeuge. Da habe ich jetzt so nicht mit gerechnet zugegebenermaßen. Dann spielen wir doch mal Dunkler Fallsoldat. Schon mal keine Fallgrube. Dafür ein Schädelsoma. Der Schädelsoma muss sich in die Verteidigung beschweren. Jo. Dann greifen wir Schädelsoma doch einfach an. Tschüss Schädelsoma. Oh, meine Lebensworte. Endface. Passt schon. Mh, mh. Eine Elfenbox. Jo. Okay. UFO Turtle. Er wollte, dass er, dass er weiß, dass er aus dem Land ist. Jo. Das, das hat er geschafft. Er weiß jetzt, dass er, dass ich weiß, dass er vom Land ist. Das war sinnvoll. Ja, ja. Eindeutig. Der Krug der Gier. Super sinnvoll. In einer Lebenssituation. In der Verdeckte. Einfach mal so einen schweren Sturm dazu hätten, das wäre lustig. Ja. Versuchen wir unser Glück. Gucken, was passiert. Ich hatte ja nichts Schlimmes. Wir greifen, glaube ich, zuerst mal mit dem dunklen Feuersoldaten an. Okay, nichts. Dann greifen wir mit der UFO Schildkröte an. Okay, nichts. Dann greifen wir mit dem Battlefootballer an. Okay, nichts. Dann greifen wir mit dem Battlefootballer an. Und dann machen wir den finalen Schlag mit dem Battlefootballer. Okay, nichts. Großartig. Du gewinnst. Tolles Deck. Du besitzt keine Monster, ja doch Fallenmonster. Mir fallen Monster als Schädelsohmer. Ach, verdammt. Sinnlose leere Zeile. Ich weiß einfach, dass ich das besser kann. Ich hätte Bock auf mehr Duelle. Komm jederzeit vorbei. Ich habe aber keine Lust gegen dich anzutreten, Dude. Der Unterricht beginnt. Ja, ich gehe hin. Ist schon okay. Du schon wieder. Willkommen, Duellanden. Ich bin Kanzler Shepard. Das weiß hier auch keiner. Ihr seid die besten jungen Duellanden der Welt. Wer weiß, vielleicht seid ihr die nächsten Könige des Spiels. Ich dachte, da kann es nur einen von geben. Kanzler Shepard? Sie benennen sich seltsam. Es ist nur Nostalgie. Also, wer ist der nächste König des Spiels? Ähm, das heißt König der Spiele. Die heutige Rektion ist dann beendet. Als Geschenk bekommt ihr davon mehr eine Karte. Gerichtes Grab. Außenproduktion. Geistseil. Schadenskondensator. Äh. Okay, ist jetzt so völlig eine Katze im Klassenraum. Keine Katze im Klassenraum. Das macht mich traurig. Alexis, das ist Bock auf ein Sandwich. Hab ich überhaupt ein Sandwich für sie? Ähm. Mochte sie Schokoladen-Sandwiches? War Süßkram okay für sie? Ich weiß es nicht mehr. Auf die Stereotypen. Ich hab einen Medium-Mark Schokolade. Danke. Was? Ich muss es jetzt essen? Na gut. Manf, manf. Schokoladen-Sandwich? Ich liebe es. Danke. Na gut. Das ist ein Spiel. War zu erwarten. Komm so oft zu mir. Aber das ist okay. Das ist aber lieb. Ja. Also, ich bin mir auf jeden Fall inzwischen sicher, dass wenn wir ein Sandwich vergeben, das den Dialog ersetzt. Wir überlegen uns mal eine Runde mit, Alexis. Aktuell hört sich toll an. Hier. Gewonnen! Ja. Normale Stell. Hoch mit dem Vorhaken. Und runter mit ihren Lebenspunkten. Hm. Ah. 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 Komm schon, Top-Deck. Ah. Spiecher-Gagagego. Entweis. Okay. Dann setzen wir uns für die Zukunft einen Menschenfremder-Käfer. Könnte ganz nützlich sein bei ihr. Können wir da liegen. Den Toilettensalber. Wird's weg damit. Klingenläuferin. Pff. Hat ihre Fusion auf jeden Fall mal wieder auf der Starthand. Dabei scheinbar nix um sie zu fusionieren. Dann hätten wir den Menschenfresser nicht so richtig gebraucht. Aber man kann's ja nie so hundertprozentig voraussagen. Stimmpakets. Flommen und Batschi. Das lassen wir erstmal so. 1815er Angreifer gegen Alexi sind glaub ich keine schlechte Sache. Solange sie keine Fallen zu aktivieren hat. Was in einer Welt hätte ich da schon wieder liegen? Einstecken und austeilen. Aber wer spielt denn sowas? Okay, ich muss mich wahrscheinlich selber böse angucken, wenn ich das sage. Ich hab diese Karte tatsächlich mal ne Weile lang in meinem Deck gehabt. Vor vielen, vielen Jahren. Vielen, vielen, vielen Jahren. Nur er hat sich nur auf das Spiel bezogen. Dann Dr. Feuersoldats. Und Gagagigor. Neues Projekt für 2022 auf YouTube. Ein König. Äh, jaaaa, vielleicht. Sozusagen. Klingeläuferin hat jetzt 1,8. Ist natürlich ärgerlich. Dann schrumpfen wir so halt. Naja, wären wir im Stimmpak. Das passt schon. Kriegen wir halt irgendwie hin. Fühle dich geschrumpft. Bobbom. Ein mechanischer Jäger. Erstmal Stimmpak. Kann hier unser dunkler Vollsoldat haben. Willkommen zurück. Yay. 13 Monate. Und los. Einschaltungszeichen. Einschaltungszeichen. Ja, Einschaltungszeichen. LeBraune. 13 Monate bereits. Vielen, vielen Dank für dein Abo. Und Zondra kriegt mal wieder ein bisschen Schaden. Wir haben inzwischen seine zweite HP-Leiste. Seinen zweiten HP-Balken fast erledigt. Guck mal, er wird richtig runtergekratzt, der Zondra hat. Du gewinnst. Hallo Braune. Leider kommt nichts mehr nach dem Gott. Aber ich glaube, dem Gott will auch gerne loswerden, oder? Der Gott ist super. Es kann nicht sein. Ich hab verloren. Guckt aber böse. Es gibt's nicht. Ich kann nicht verloren haben. Tja, schade. Das ist ein Einschaltungszeichen. Da haben wir was gelernt. Ja. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. War wichtig. So, wir gucken nochmal in Slifer Reds Schlafssaal, ob hier eine Katze rumläuft. Katze. 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 Keine Katze. Katze. Ich schätze, wir müssen ohne Katze los. Ohne Katze klarkommen. Wir brauchen irgendwie einen Sheet Code, um immer Pharo bei uns zu haben. Klonk, 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 klonk. Na gut, dann gehen wir einfach zu den anderen Charakteren. Vielleicht ist die Katze auch zufällig am Strand bei unserem besten Freund. Immer schlechte Laune, der Mann. Immer schlechte Laune. Hi sein. Oh, tut mir leid. Ich dachte gerade an meinen Bruder. Hier wird hier über Duelle reden. Nichts besonderes. Ihr habt euch ganz gut unterhalten. Eier, wir brauchen Eier. Ne Katzen. Wir brauchen Katzen. Aber heute ist auch Eier-Sandwich da. Äh, da ist Bastion. Ist die Katze irgendwo in der Umgebung. Sieht jemand einen Pharo? Ich sehe keinen Pharo. Na gut, dann. Gehen wir so zu Bastion. Ich weiß nicht mehr, was Bastion für Sandwiches machte. Ich bin mir sicher so, äh, wie der drauf ist. Mager Trüffel-Sandwiches. Was für posh Leute. Gibt's mir dieses Sandwich? Wirklich? Danke, ich nehme es. Kau-Kau. Trüffel-Sandwich? Ich liebe es. Danke, hätte ich gedacht. Und übernehmen wir uns mal eine Runde mit Bastion. Well, sicher. Sicher, sicher. Und Fisch für die Katze. Vielleicht können wir sie dann mit unserem Zimmer locken. Wir umhängen einfach unser gesamtes, äh, unsere gesamten Zimmer Innenwände mit Fisch. Und dann wird die Pharo einfach immer da sein. Und wir wahrscheinlich irgendwann nachts ersticken. Aber Pharo wird immer da sein. Hm. Hm. Ufo-Turtle. Beta-Magnet-Krieger. Ja. Okay. Okay. Ich mein, warum nicht, ne? Beta-Magnet-Krieger ist ein respektables Monster, da wollen wir nichts gegen sagen. Ganz zu zerlegen, dann. Mhm. Und sonst nix. Ja, dann. Haben wir ja Freibar mit Marzipan, ne? Zack. Da ist der Flamm. Vielleicht mit der Uferschildkröte. Brennermitz. Und der mechanische Jägermangos-Modus. Wunderschön. Hau weg den Beta-Magnet-Krieger. Ja. Wie sagt der Angriff? Jawohl. Jawohl. Der währt der Bestchen sicher wieder ausgiebig. Der guckt immer so gremig in seinen Ort, hab ich beim letzten Mal schon gesagt. Der braucht echt mal bessere Laune. Zwillingselfen. Ah, ist ungemütlich. Das... Ja. Insektenritter. Das ist ja nett von hier. Killt freiwillig unsere Uferschildkröte, sodass wir die einfach wiederkriegen können. Natürlich, dass wir ein anderes Monster wiederkriegen können. Holen wir uns mal unsere liebe Flammenangreiferin. Jawohl. Ah, schade. Dann opfern wir unsere liebe Flammenangreiferin für den Cyberdrachen. Ah, ich hab vergessen das Geist der Flammenjahr 2000 in der Battleface kriegt. Ah, dumm von mir. Werden gewinnen können diese Runde. Schlechter Schachzug meinerseits. Hazard. Endface. Hier auch Töterö. Ja, ja. Elfenzwillinge. Jetzt... Kehlen die unseren armen Geist der Flammen. Zweikampf auf engstem Raum. Upsala. Er beschwört's. Blättern. Verteidigungsmodus. Okay. Naja, wir gewinnen auch so. Weiter war ärgerlich. Das ist auch ne Option. Schrumpfen. Fühle dich geschrumpft, Zwillingselfen. Dann haben wir hier noch einen Blazern. Elfen aus Stylegründen. Und... Mr. Cyberdrache. Ah, Togge. Übrigens, die LP deines Gehens wohl doch nur reduziert. Jo, wunderschön. Ah, nein. Ich hab meine Verteidigung vernachlässigt. Du bist der Sieger. Mhm. Tschüss Bastion. Mit der haben wir schon gequatscht. Im Laden waren wir noch nicht. Also. Gehen wir in den Laden. Das Pharoah zufällig hier. Das wäre jetzt natürlich optimal. Dieser nicht. Blöde Katze. Hey Dorothy. Geh mal ein paar Sandwiches. Ja. Komm, gib her. Man müsste einfach mehrere Sandwiches gleichzeitig kaufen können. Lachs-Sandwich. Das ist was für den Koala-Bären hier. Er ist ein Lachs-Sandwich. Wie ist mein Sandwich? Alter, danke. Lachs-Sandwich? Ich lebe dieses Tag. Was haben wir sonst im Angebot? Ein Kochs-Sandwich. Okay. Bitte, danke. Toller Name für ein Sandwich. Tofu-Sandwich. Lachs-Sandwich. Hätte ich auch gerne. Tja. Müsst's vorbeikommen, Jo. Könnte ich dir eins machen. Schade. Phantom-Pfeffer-Sandwich. Das wollte ich schon immer mal haben. Ich geh mal Jaden gleich. Ist ein Grund, warum Tandratz wirklich angezeigt wird? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist mir auch eben aufgefallen. Trauben-Sandwich. Bitte, danke. Das wäre was für Alexis gewesen, schätze ich. Was haben wir sonst noch so ein Sandwich-Angebot? Goldenes Eier-Sandwich! Da ist es. Bitte, danke. Okay, Mr. Jaden. Ich hab gehört, du liebst gerne Phantom-Pfeffer. Hehehehe. Hm, kann ich dieses Sandwich haben? Ey, besten Dank auf unser. Ich hatte gerade Hunger. Sieht lecker aus. Phantom-Pfeffer-Sandwich? Ich steh voll auf das Zeug. Göstlich. Ach ja. Osiris. Du kriegst ein Scheiben-Käse-Sandwich. Gibst du mir dieses Sandwich? Dann zieh ich mir sofort rein. Hm, Scheiben-Käse-Sandwich. Ich mag das Zeug. Danke. So, dann würde ich gerne mal ein paar neue Karten kaufen. Was ist das denn für ein komisches Pack hier? Wo sind wir drauf? Doppel-Dreifach. Zieh, zieh, zieh. Mit diesem Pack kannst du besser Karten ziehen. Hm, kaufen wir uns mal ein Pack, mit dem man besser Karten ziehen kann. Das Golden-Eye-Sandwich hatte ja auch im Anime eine Bedeutung, aber das ist echt nur ein Brötchen mit einem Ei drauf. Ja. Das ist es im Endeffekt. Das ist ein Ei-Sandwich. Weil der wartet so. Platin-Licht. Karten mit Licht-Attributen sind nur auf 0%, sollten wir auch mal eine Menge von holen. Ist das auf der G auf 1? Wir sind mir ziemlich sicher, der ist auf 1, ja. Würde mich doch sehr, sehr wundern, wenn er nicht auf 1 wäre. Er ist nicht Bandlu. Wir haben schon genügend Töpfen bei unseren Gegnern gesehen. So. Vielleicht kaufen wir nur was von dem Equips. Da kriegen wir tatsächlich mal eine Axt der Verzweiflung los, damit ich diesen blöden, ähm, dieses blödes Stimpact da losleiten kann. Und dann kaufen wir noch zwei hiervon. Hey Magok. Das ist nicht so schön. Unsinn. Unfug. Da war eine Ritterin. Oh, andere Sphinx. Ah, für Sphinx-Decks. Triemann. Freundschaft. Mehr Ritter. Heliostris Megistus. Das Ding ist kacke. Warum in aller Welt ist das selten. Tawalkyre. Flügelweber. Quar-Maschine. Ah, die ganz tollen Lichtkarten. Helles Schloss. Oh, Ninja Maestro Sasuke. Den sollten wir gleich tatsächlich ins Deck tun. Kann das daran liegen, dass ich ein neues Bild hab? Das wird wahrscheinlich daran liegen. Ach, Ritter des Boom. Oh, unser Borg. Wir haben noch einen Monarchen. Vielleicht kriegen wir irgendwo ein Monarchendeck zusammen. Dumans. Glänzende Elf. Nice. Nochmal Beatsticks. Ja, der Ninja hat vor allen Dingen den Vorteil, dass er noch einen guten Effekt dabei hat. Vögelweber. Ritterin der Königin. Tainan. Noch eine Sphinx. Ich bräuchte noch meine Lieblings-Sphinx. Meine Lieblings-Sphinx fehlt. Lichtpyramide. Zilpferdkaiser. Nur unseren. Inkarnation des Schöpfers. Aber einen Schöpfer haben wir noch nicht. Schöpfer ist ja auf dem Kartenpack drauf. Oh, Seele der Reinheit und des Lichts. Ich hab gehört, die Leute freuen sich immer, wenn ich die ins Deck tue. noch nicht erinnern. Machinigen. Du Reidos. Ernsthaft? Selten. Warum? Meint ich mal, ne? Dieses Spiel. Unfug. Stromkobolt. Bitterien an Aufladegeräts. Super Leiter Tyranno! Irgendwelche Dinofans im Chat. Hier haben wir noch ein paar Equips. Ist hier mal irgendwo eine Axt bei. Nehmen den Trank. Hebelkörper Schwer der Tiefliegenden Schwarze Anhänger haben wir schon Natürlich war keine dabei Okay, dann haben wir hier ein komplett neues Pack Wieder Schwarzer Zombie Keine desicheren Wiederkehr Okay, Nachladen Kranich Gier Das ist eine Karte, die genau nichts sieht Der Tribut der Verdammten Da ist der Krug der Gier Untergoblin Hauswirtschafter Auch ganz tolle Dinge Kettensägen Insekten, damit kann der Gegner besser ziehen Zeitsiegel ist wahrscheinlich sowieso gebärnt Wieder Karten der sicheren Wiederkehr Okay Jetzt lassen wir mal schnell durchlaufen Topf der Träger Topf der Träger ist gar nicht so schlecht Aber Soweit ich gehört habe Ist die Karte auf dem Cover nicht gebärnt In diesem Spiel von der Topf der Träger Noch eher so mittelmäßig Weil es bessere Optionen gibt Die man nur mal kriegen müssen Kartenzerstörung Netz Strategie der Störung Natürlich haben wir keine gekriegt Wie sich das gehört Wie sich das gehört Okay Unsere DP sind weg Aber wir können zumindest ein Ninja Maestro oder so mit ins Deck tun Könnte auf Dauer helfen Nein, ich wollte gar nicht mit dir reden Ich wollte das Menü aufrufen Ich habe mir den Flash-Knock gedrückt Panische Angst vor der Reha in 8 Tagen Passiert denn da irgendwas Schlimmes? Außer, dass du dich wahrscheinlich da Ziemlich anstrengen musst Oder meinst du da Ist das deine Wiedereinarbeitung? Ist das die Reha, die du meinst? Könnte mit der Fallenkarte zusammenhängen Mit den vier Elementen Ist das die selten, das meinst du? Ja, aber das spielt doch kein Mensch Furin Kazan mit Doraido Ich meine, es gibt Bots, die sowas spielen Aber das ist so sinnlos Ich bin nicht so der Dino-Fan Tja, sieht aus, als wären die Dino-Fans momentan nicht anwesend Dann werden wir wohl keine Dinos in unserem Deck spielen Schade Genau, da sind die Lichtmonster Wahrscheinlich schon drüber weg gewesen Warum sind die Lichtmonster? Äh, Dunams Ist hier gar nicht bei Ähm, ja Sortierung Dann sortier doch einfach mal noch ATK 1800 Ninja Maestro Sasuke Rein ins Deck Okay Und stattdessen Tun wir raus Fragezeichen Vielleicht haben wir uns noch zu gut Befürchtet Vielleicht hat das Dimpack langsam doch mal ausgedehnt Ach, das ist momentan eine unserer wenigen Möglichkeiten Auf hohe ATK-Werte zu kommen Ärgerlicherweise Ich glaube, wir tun die Flammenangreiferin mal langsam aus dem Deck Das ist einmal nett, eine 1500er Angreiferin mit den Uferschickröten rausholen zu können Aber wir haben auch die Football-Campfer, die wir raussuchen können Dr. Juri Moin Moin Herzlich Willkommen Lieber der andere Tyrannor, aber der nicht Magst du etwa keine Superleiter-Tyrannos? Zack Und los geht's Normales Duell Sonne Natur Ja Ja Das orientale Duell